Wir gucken uns heute nämlich was cooles an. Ich habe auf der Hukain Weihnachtsfeier, die übrigens sehr sehr schön war, zwei schöne Sachen, sagen wir, mitnehmen können. Und zwar habe ich da einmal hier einen Lit-Lip, der aber aus dem Material von Popo und Plug gemacht wurde. Also sozusagen ein Lit-Lip 2.0 und ich habe noch was anderes cooles mitgebracht und zwar das hier. Und das ist nicht einfach nur ein Tornado, das ist ein Tornado Funnel. Und diese zwei Sachen, ja den habe ich eben noch sauber gemacht, und diese zwei Sachen werden wir uns heute auf jeden Fall mal angucken. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Lit-Lip 2.0 an und arbeiten uns dann weiter zu dem Tornado. Bin sehr gespannt, beziehungsweise weiß ich es eigentlich schon, weil ich habe sie schon geraucht, aber wir gucken es uns trotzdem noch zusammen an. So ein Ding ist das. So, wir haben noch aus unserem Adventskalender ein Fock Your Life White Grape Granberry Ice gezogen und das werden wir jetzt hier mal in den Lit-Lip 2.0 packen. Deswegen, ran an den Kopfbau. Ganz wichtig, wenn wir uns hier heute ausführlich um den Kopfbau kümmern, ist natürlich erstmal einmal wiegen ohne Tabak drin. Und dann wiegen wir auch auf jeden Fall nochmal, wenn wir uns das Köpfchen gebaut haben. Wir holen uns mal hier die Waage ran und der Kopf wiegt leer 237 Gramm. Im Vergleich, der The Plug wiegt noch ein bisschen mehr und der Popo gewinnt sowieso haushoch. Der wiegt sogar 340 Gramm. Wir können auch direkt nochmal den Tornado wiegen. Der ist sogar noch schwerer als ein Popo. Und wenn ihr ein Popo zu Hause habt, dann wisst ihr ja, wie schwer dieser Kopf schon ist. Ich muss sagen, der Tornado wirkt aber irgendwie gar nicht so schwer wie der Popo. Als erstes bauen wir aber den Lit-Lip 2.0 und der hatte 237 Gramm. Die Po-Form ist, finde ich, aber auch leicht unterschiedlich zum Lit-Lip. Also es ist jetzt nicht 1 zu 1 ein Lit-Lip, aber schon sauna, würde ich sagen. Weiß nicht, ob die da vielleicht sogar dieselbe Form benutzen und dann einfach nur mit der Hand noch ein bisschen was verändern oder so. Aber es sieht schon sehr, 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 sehr identisch aus. Hier hätten wir nochmal einen normalen Lit-Lip nebendran. Also ganz leicht unterschiedlich sieht es schon aus, aber maybe ist das auch einfach nur der Colorway, der da so ein bisschen täuscht. Was ich aber schon mal cool finde, der Rand ist hier schön flach. Und am Lit-Lip war der ja abgerundeter hier oben, aber hier ist er flach. Das heißt, der HMD sitzt hier vermutlich schon mal deutlich besser drauf. Und dann machen wir uns noch ein bisschen Kiwi-Smoothie mit rein. Bin gespannt, was in das Köpfchen reingeht, aber vom Verbrauch her wird es dann richtig interessant, finde ich, beim Tornado. Und Tornado muss ich euch dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu erzählen. Da habe ich nämlich schon ein paar Gedanken. Also ich habe beide Köpfe schon mehrfach jetzt geraucht und ich habe mir zu beiden schon Gedanken gemacht. Aber da reden wir drüber, wenn die dann laufen und dann kann ich das dabei nochmal testen und dann quatschen wir drüber. So, Tabak ist drinnen. So sieht das Ganze aus. Jetzt wird er noch ein wenig verteilt. Übrigens beim Tornado, als ich ihn das erste Mal gebaut habe, habe ich aus Versehen ein gottloses Overpack gebaut. Ich denke, das wird aber jetzt heute besser, wo ich den schon ein paar Mal gebaut habe. Da weiß ich langsam, wie ich den bauen will. Nichts innen auf dem Rand haben, nichts außen auf dem Rand haben. Wunderbar. Und so sieht unser gebautes Köpfchen jetzt aus. Jetzt sind drinnen 255 Gramm. Anfang 237, Ende 255, Füllmenge 18 Gramm. Ist absolut solide. Wir legen mal ein HMD drauf. Also sagen wir mal, sehr gutes Noppenkontakt bis leichtes Vollkontakt. Aber ihr seht schon eins, der sitzt jetzt zwar nicht drinnen, also der Onmo hat ja unten noch diese Kante, die sitzt jetzt nicht perfekt drinnen. Aber der HMD sitzt von seiner Größe her auf jeden Fall sehr, sehr schön da drauf. Oh, hätte ich mir auch einen sauberen Onmo nehmen können. Das wäre der eine HMD und dann hätte ich hier zum Beispiel noch den AO912. Auch der sitzt nicht drinnen mit seiner Kante, aber von der Größe her sieht das absolut perfekt aus. So viel zum Bau vom Lip Lip 2.0. Also Verbrauch würde ich schätzen. Ich habe jetzt 18 Gramm drinnen und das ist ein sehr gutes Noppenkontakt. Bist leichtes Vollkontakt-Setup. Das heißt, wenn du wirklich Vollkontakt rauchen willst, werden es wahrscheinlich eher so 20 Gramm sein. Wenn du Abstand rauchen willst, wirst du ihn wahrscheinlich mit 14, 15 Gramm sogar schon rauchen können. Eigentlich ganz nice. Eigentlich ganz nice. Mal gucken, wie lange er durchhält und wie gut er performt mit den 18 Gramm, die wir jetzt drin haben. Wir haben das Köpfchen jetzt gut über eine Stunde geraucht. Ich zeige euch nochmal die Rauchentwicklung. Läuft immer noch hervorragend. Ich denke, da kann man sich absolut nicht beschweren. Performance ist wunderbar. Ich habe von dem Clare nichts anderes erwartet. Da wissen wir schon von Popo und Plug, dass das absolut wunderbar performt. Die Hitze schön aufgenommen wird, die Hitze schön gespeichert wird und auch schön an den Tabak weitergegeben wird. Und genauso ist das jetzt auch bei dem Lip Lip 2.0 slash dem neuen Lip Lip. Wie auch immer. Performance ist auf jeden Fall geil. Läuft schon über eine Stunde und wir haben nur 18 Gramm drin. Ich packe gleich die dritte Kohle komplett mit rein. Die ist gerade noch oben drauf gekippt und dann geht da bestimmt nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten was. Also absolut hervorragend. Das einzige Problem, was ich mit dem Lit Lip 2.0 habe, ist der Preis. Ich weiß noch nicht, was er kostet, aber ich kann euch ja sagen, was er kosten kann. Und da haben wir nämlich aktuell ein großes Problem. An Black Friday war der Popo für ein 10er im Angebot. Aktuell ist der Popo immer noch für 15 Euro im Angebot. Und der Popo und der Plug sind für mich beide nochmal ein Ticken geiler als der Lit Lip 2.0. Das heißt, der Lit Lip 2.0 müsste ein kleines bisschen günstiger sein als Popo oder Plug. Was bedeuten würde, wenn der teurer als 10 Euro ist, würde ich euch auf jeden Fall dazu raten, eher den Popo oder den Plug zu nehmen. Eigentlich ein sehr guter Kopf, aber preistechnisch ist da bei Huka-In halt gerade nicht so viel Platz für einen Kopf, der ein klitzeklitzekleines bisschen schlechter performt als Popo oder Plug. Als nächstes gucken wir uns den Tornado Funnel an. Der Litte ist langsam durch. Rauchentwicklung sieht nach über anderthalb Stunden Rauchen mittlerweile so aus. Immer noch okay, aber Geschmack lässt langsam nach und deswegen verlangt es mir nach einem neuen Köpfchen. Deswegen schnappen wir uns jetzt den Tornado Funnel, werden den einmal bauen, dann nochmal wiegen, gucken was reingeht und dann rauchen wir den und dann reden wir noch ein bisschen über die Performance. Ich mache mir jetzt einen Mix, den ich die letzten Tage sehr, sehr gerne geraucht habe. Es ist leider ein Mix, wo es nicht jeden der Tabaksorten in Deutschland gibt, weil die Basis dieses Mixes ist Maraskino Cherry von Tangiers. Das war jetzt leider auch nicht eine der sechs Sorten, die Huka-In beim Event da hatten. Ich hoffe trotzdem, dass es maybe eine Sorte ist, die nach Deutschland kommen wird. Dann könnt ihr euch hoffentlich den Mix Anfang 2023 nachbauen. Können wir auch noch kurz über Tangiers reden. Tangiers ein sehr, sehr besonderer Dark Blend, der vom Schnitt her an Mastef erinnert, aber von der Tabak-Konsistenz her schon deutlich anders ist. Also er wirkt oft deutlich trockener als anderer Dark Blend, hat aber definitiv nicht zu wenig Molasse. Tangiers hat einen unglaublich eigenen Geschmack. Also nicht nur, dass die Aromen anders sind als bei allen anderen Herstellern, die ich kenne, auch der Grundtabak-Geschmack ist sehr besonders. Also es ist wirklich ein absolut einzigartiger Tabak, ein sehr besonderer Tabak. Es gibt super viele Geschmacksrichtungen. Wie viele davon Anfang 2023 nach Deutschland kommen, wissen wir leider nicht. Ich hoffe aber, es sind viele, weil es gibt viele, viele gute Flavor. Und ich glaube, einige warten auf viele Flavor. Ist ein Ami-Tabak. In Amerika kostet das Ganze so, in Amerika sind die Tabakpreise halt nicht genormt wie bei uns. Der kostet so zwischen 18 und 23 Dollar, sage ich mal, für 250 Gramm. Tangiers kommt übrigens so verpackt. Das heißt, ihr habt einmal so ein Plastiktütchen. Dann habt ihr da diese Papier. Das ist wirklich einfach ein DIN A4-Blatt, basically. Da steht immer die Sorte drauf. Jede Sorte hat auch gleichzeitig eine Nummer. Es gibt von Tangiers vier verschiedene Lines. Es gibt die Burkett-Line, die ist grün. Es gibt die Noir-Line, die haben wir hier. Die ist gelb. Dann gibt es noch Burly-Line. Burly-Line ist, wie der Name schon sagt, aus Burly-Tabak. Ist auch die stärkste Line. Beziehungsweise gibt es auch noch die F-Line. Das ist aber basically nur die Burly-Line. Noch mit Koffein hinzugefügt. Das heißt, du hast nicht nur Massenhaft-Nikotin. Du hast auch noch Koffein mit dabei. Wie viel die bringt, weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt keinen Effekt vom Koffein gespürt. Deswegen ist für mich F-Line basically Burly-Line. Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu koffeintolerant. Da drin hat man dann eingeschweißte 250 Gramm. Aus 100% USA-Grown-Tobacco. Da sind die Amis ja natürlich immer besonders stolz drauf. Phoenix, Arizona. Da kommt er her. Ein unglaublich besonderes Produkt. Ein sehr hoch angesehenes Produkt. Und sehr, sehr cool, dass das Ganze jetzt auch nach Deutschland kommt. 2023 will Hukain anfangen, Tengis zu importieren. Wie viele Sorten kommen. Wie der Preis sein wird. Wann das Ganze wirklich released wird. Ich kann es euch nicht sagen. Es gibt einfach noch keine Infos zum jetzigen Zeitpunkt. Aber Hukain hat das Ganze auf jeden Fall groß angekündigt. Jetzt müssen sie meiner Meinung nach auch durchziehen. Und das wäre extrem nice, wenn das dann rauskommt. Aber natürlich nur in 25 Gramm. Die Nummer 94, das ist der Maraschino Cherry. Und das ist, wie gesagt, so eine Marzipankirsche, würde ich sagen. Und da basiert der Mix drauf. Also das ist die Hauptzutat von meinem Mix. Ihr könntet euch das natürlich zum Beispiel mit dem Kir, also dem Kirchetabak von Loyal nachbauen. Das ist ein sehr guter Kirsche-Virginia-Tabak. Allerdings ist es nur mäßig vergleichbar, würde ich sagen. So, von dem kommen so ungefähr 60, 65, maybe knapp 70 Prozent rein. Also es ist definitiv die Hauptzutat von diesem Mix. Den Rest für den Mix gibt es aber in Deutschland zu kaufen. Deswegen könntet ihr, wenn ihr den Maraschino Cherry mit einem anderen Kirchetabak eurer Wahl ersetzt, den halbwegs nachbauen. Aber wie gesagt, zweiter Bestandteil von diesem Mix ist Aino Overload. Das ist ein Blackberry-Clementine-Mango-Lemon-Tabak. Der kommt da auch noch rein. Kommt jetzt jeweils noch eine Gabel von unseren zwei letzten Zutaten rein. Also insgesamt ist es ein Drei-Flavor-Mix. Übrigens sehr, sehr angenehm zu bauen, das Depot von dem Tornado. Ich hätte ihn mir ehrlich gesagt etwas flacher sogar noch vorgestellt. Also er ist nicht so flach, wie ich dachte, dass er wäre. Ob und wie sich das äußert, klären wir dann später noch. So, die letzte Zutat. Ein absoluter Klassiker bei mir. Fog Your Life Citrone Minze. Und hiervon kommt dann auch nochmal eine Gabel rein. So, das ist der Mix. So, dann wird das Ganze noch verteilt. Wir räumen wieder den Rand frei. Wir gucken, dass nichts zu nah innen am Funnel-Loch liegt. Man kann sich beim Popo schön zusammenreißen und ungefähr Rand hoch bzw. knapp drunter bauen. Und man hat immer noch ein schönes Kontakt-Setup. Das zeige ich euch aber gleich nochmal, wenn ich den HMD drauflege. Das war es für unseren Kopfbau. 352 waren es, oder? Und jetzt haben wir 372. Das heißt, wir haben jetzt 20 Gramm. Dürft ihr allerdings nicht vergessen, dass Tenji es auch sehr, sehr fein geschnitten ist. Also es ist ungefähr so wie Must-Have. Maybe ein kleines bisschen weniger feucht. Und das ist, ich kann es euch einmal zeigen, wenn wir hier einen HMD draufsetzen. Der berührt, ich kann es halt schlecht kippen, ohne dass ihr es seht. Na doch, ihr seht es so. Also der HMD hat gerade null Kontakt zum Kopf. Null. Der sitzt wirklich komplett auf dem Tabak und ich müsste ihn reindrücken, damit er komplett auf dem Kopf sitzt. Man sieht aber auch ganz schön, dass hier ein bisschen Rand über guckt. Der HMD liegt aber super drauf und auch super drinnen. Das heißt, wenn euch die Passform von HMD, also wie sicher der drinnen sitzt, wichtig ist, dann ist der Tornado-Funnel hervorragend. Wie gesagt, 20 Gramm ist jetzt wirklich gutes Vollkontakt-Setup. Das heißt, wenn du einen Noppenkontakt rauchen willst, hast du vermutlich so 16 bis 18. Und wenn du Abstand rauchen willst, dann kommst du sogar unter 16 Gramm raus. Also dann kannst du den wahrscheinlich mit 14, 15 Gramm ungefähr rauchen. Aber ich, so wie ich gerne rauche, auf einem guten Vollkontakt, jetzt nicht geisteskrank übertrieben, so wie ich es damals aus Versehen gemacht habe mit dem Kopf. Mit einem sehr angenehmen für mich Vollkontakt-Setup, 20 Gramm, geil. Das ist eine sehr gute Tabakmenge. Der Tornado-Funnel läuft jetzt schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, wie lange wir den rauchen, vorneweg schon, ich würde sagen, circa eine Stunde. Circa eine Stunde rauchen wir den jetzt schon, vielleicht ein bisschen weniger, 50 Minuten. 50 Minuten. Läuft aber sehr, sehr gut. Ich zeige euch nochmal die Rauchentwicklung zwischendrin. Kann man sich auch auf gar keinen Fall beschweren. Also Rauch, 10 von 10, kannst du nichts sagen. Geschmacklich kommt das Ganze auch extrem gut rüber. Performance auch wunderbar. Ich hätte aber bei dem Ton und bei der Masse von dem Kopf absolut nichts anderes erwartet. Auch bei dem Tornado-Funnel ist für mich das Problem. Sagen wir erstmal so, der performt für mich relativ ähnlich zum Popo. Also ob Popo oder Tornado macht performance-mäßig für mich keinen großen Unterschied. Zum The Plug relativ gleich. Das sind alles sehr schwere, sehr massiv gefertigte Köpfe aus einem extrem guten Clay. Eben diesem US-Storm. Ihr wisst, ich halte nichts von diesen Marketing-Terms für Clay. Aber es ist ein guter Ton, der schön die Hitze aufnimmt, schön an unseren Tabak weitergibt. Genau das, was wir eben wollen. Zwei Kategorien bei Köpfen, über die wir reden müssen. Die Performance vom Ton. Und, kann euch jetzt nicht nur den anderen Finger zeigen. Und, äh, und. Ist jetzt ein Daumen nach oben, ist auch scheiße. Äh, und die Depot-Größe. Performance. 10 von 10. Wunderbar. Kannst du nicht meckern. Sagen wir eine 9,8 von 10, damit noch das Spiel nach oben ist. Depot-Form. Der Tornado in der Meerloch-Variante war ja extrem flach. Mit extrem wenig Tabakverbrauch für einen Meerloch-Kopf. Und ich dachte, der Funnel vom Tornado wird genau dasselbe für einen Funnel. Aber dafür ist er mir gar nicht flach genug. Das heißt, ich persönlich hätte mir sogar noch gewünscht, dass er noch einen Ticken flacher ist. Dass noch ein bisschen weniger Tabak reingehen muss. Was aber leider nicht der Fall ist. Es ist trotzdem ein hervorragender Kopf. Aber für mich sind die Unterscheidungsmerkmale zu dem Popo, zu dem The Plug nicht groß genug, dass ich jetzt sagen würde, selbst wenn du einen Popo oder einen The Plug hast, dass du unbedingt noch einen Tornado brauchst. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Performance ist killer. 20 Gramm für einen Vollkontakt ist absolut solide. Aber beim Popo habe ich dann halt 22 Gramm für einen Vollkontakt. Und ob die 2 Gramm Tabak das jetzt wert sind, dass ich lieber den Tornado nehme, als den Popo, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also wenn ihr mich fragt, was soll ich mir jetzt holen von den 3, Popo, Plug oder Tornado, den ihr nur am schönsten findest. Weil von der Performance her sind die alle geil. Und vom Tabakdepot sind die alle geil. Falls ich mit meinem Feedback jetzt noch was bei Hukain auslösen kann, was den Funnel angeht, ich würde ihn noch flacher machen. Ich würde ihn noch flacher oder ich würde ihn zumindest gerne mal testen in noch flacher. Weil es könnte auch sein, dass es dann so flach ist und so wenig Tabak ist, dass die Geschmacksintensität nicht mehr so am Start ist. Aber ich würde es gerne testen. Soviel auf jeden Fall zu meinem Ersteindruck von den Prototypen vom Litlip 2.0 und vom Tornado Funnel.